Ich glaube, wir gucken uns mal Urban Downhill an. Das ist übrigens ein Classic. Wir haben einfach, wir haben schon ultra früh immer Fabio Wiedmann angeschaut. Ich finde sein Content mittlerweile nicht mehr so gut wie früher, aber schauen wir mal. Wir schauen uns das jetzt mal zusammen an. Mal gucken. Mal gucken. Diese Shots alleine schon wieder. Also das Video geht gerade 15 Sekunden, ne? Dieser Shot gerade. Was ist es eigentlich? Holy Shit. Es ist eine Clothing Brand. Und die Mission ist, dass es streetwear mit bikewear verbunden ist. Ja, alles entwickelt. Wir haben viel Zeit daran gearbeitet. Wir haben viele Gedanken in das. Und wahrscheinlich das beste was, dass wir das Launch-Video machen wollten. Und das Launch-Video sollte nicht etwas normales sein, das die Leute jeden Tag sehen. Planen, vorbereiten und packen. Ja gut, ich meine, wenn der Mann ein Launch-Video schießt, dann weiß man, glaube ich, auch, was dabei rauskommt, ne? Wenn der ein Video macht, dann... Für die Frankfurt-Trippe hat mich wirklich, wirklich gefühlt. Das fühlte sich so, okay, jetzt sind wir zurück. Ja, das Coole war, wieder einmal alle Verrückten zu treffen und wieder eine geile Zeit zu haben. Und ich glaube, das haben wir alle wieder einmal gebraucht. Einfach das erste Projekt, wo alles wie geplant lief. Perfekt. Wieso ist eigentlich die Qualität so kacke gerade? Come on. Und wir machen etwas cooles zusammen, um es sehr unik und kreativ zu machen. Krass. Der gute alte German-Akzent, das stimmt. Das stimmt. Das ist so aufregend. Richtig ab. Ja, voll. V.M. ist so das erste, sagen wir so, das richtige Projekt für die eigenen Friends. Das ist halt total geil. Ich bin auf den ersten Mal für den ersten Mal. Ich habe ein guter Stairset gefunden. Ich bin nicht sicher, ob ich bereit bin. Als ich nicht ein Stairset in... ... in die Jahre. Oh, wir sehen uns. Das ist ein Kopf. Das ist immer so... Oh Gott, ich habe aus Versehen vorgeskippt. Oh, das ist immer so, wenn man das sieht. Oh. Imagine, du bist jetzt die Freundin von ihm oder so. Oh, oh. Und dann, wenn wir mit dem Drone filmen waren, ich bin zu schnell, und ich brachte. Einmal meine Front-Wheel slipped, und dann habe ich wieder auf den Barsen auf die Stairs. Es gab keine Ahnung. Mein Knie ist ein bisschen. Aber es sollte nicht so gut sein. Und wir durften auf filmen, und dann war es eher ein Stück für Stück. Oh, Motocross. Oh, Motocross. Ja, diese Shots. Oh, shit. Oh, shit. Everything's fine. Oh, hey. Kai. Boy. We're super lucky to have Kai and Vicky Gomez with us. Those are some insanely talented athletes. They're doing some crazy stunts. We're blocking a whole bridge. Putting up big FMX ramps on there, and then having a session on the big Main Bridge in Frankfurt. Alter, imagine, du drehst ein Promo-Video für deine Klamotten-Marke, und das, was du tust, ist dann so, ja, lass uns halt mal in Frankfurt die Mainbrücke sperren und da mal ein paar Rampen aufbauen, weil, wieso auch nicht? Das ist so krank. Das ist so insane. Das ist so insane. Das war definitely a really cool experience. We're still prepping everything. Hopefully the wind's gonna get better. Weather forecast was pretty shitty for today, but I think we got lucky. It would be insane if we actually managed to do it, and if we get the shots. But this is next level. It's a long time ago. I didn't jump the mobile landing, right? Gut, 28m. Passt, ey. Das ist das Basel, was wir mal zusammengelüft haben. Der Fördermächter, glaube ich. Weil, glaube ich, die Wolken habe ich relativ düst, da rein gezogen. Und das ist ja schon fett. Ja. Das ist richtig geil. Effe geil mit blauer Himmel. Das war ich zum Beispiel. Also, zieh es durch. Die zasadin ist, was ich ... Wie geht es über uns? Die deja schon bei uns um den Grad. Die Branche. Die sind aus gebraucht. Da ist bei uns. Der Geräusche. Das war er. Die Stardust der Block ist. Die Stardust der Nummer. Die Stardust der Nummer. Die Stardust werden. Ey, diese Slow-Motion-Shots sind so episch. So krass. Was hat er da für eine pinke Kiste in der Hand gehabt? You know, when you're watching those guys and usually it's me being in front of the camera and doing those things and suddenly someone else is in front of the camera, you get kind of hyped to do something. Yeah, after, I think after the, after three days it was time for me to get back and we found that huge bridge, super cool bridge, it's super high and I haven't been on such a Der Sockenschuss, ja Leute for real Sockenschuss underrated, underrated Wort einfach. Sockenschuss ist einfach eine positive Beleidigung. Und wisst ihr wie ich meine? Sockenschuss underrated. My platform is in ages and usually, to be honest, I'm scared of heights. I mean, you might not believe it, but that's how it is. It's insanely high, super scary, but it's doable. That's a big problem, as soon as something is, as soon as something looks doable. Yeah, the sun wartet man ganz kurz, we fixen this. I think, now it's okay, right? Sieht sehr nice aus. Ja, aber so ist schon besser, kann man besser angucken. Okay. It doesn't matter how scary it is, that's the thing. Ich hatte eine Mission, ich hatte wirklich eine Mission. But when I'm on the bike, it feels more like... Ich brauch ganz dringend Rollos in meinem Zimmer hier. Just focusing on what is in front of me, rather than focusing on what's beside. That's what I did on the bridge, I told the guys, yeah... Sau, gekauft ihr einfach eine neue Kamera. Weiß ich nicht, diese Kameras sind arschteuer. We should just do it and... Would feel bad. I think we can manage to do it, even if it's super terrifying on the other hand. Das ist so gestört. Das ist so gestört. Pretty sick. Krank. 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 Zack. absorbing. Oh shit! Um. Nein, die hatten das nicht offiziell angemeldet. Imagine, der wäre einfach runtergefallen. Ja, das darf halt einfach nicht passieren. Das darf halt nicht passieren. Das ist dann halt vorbei. Das ist aber also ganz kurzer Side-Fact. Sein Herz war wahrscheinlich nicht physisch. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, also das ist auch so ein Ding. So voll viele Drehs, also auch so für YouTube-Videos oder so, sind manchmal so semi-legal. Du brauchst halt theoretisch in Deutschland für jeden Bullshit eine Drehgenehmigung. Also wirklich für jeden Scheiß brauchst du eine Drehgenehmigung. Und ich meine, das jetzt so inoffiziell zu drehen ist natürlich schon risky, weil du fährst auf eine Scheißbrücke. So ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich filme jetzt einen Wald. Also okay, das ist jetzt ein Scheißbeispiel, aber du wirst, wie ich meine. Aber ja, hat anscheinend funktioniert. Wir haben einen Plan gemacht. Wir haben herausgefunden, wie wir es tun können. Wir haben es perfekt bekommen. Es war ziemlich schade, zu gehen hier, weil es super schlappig war. Dann zurück in der Fahrt, wir haben die Clips gesehen. Und Alex war responsable für einen Angle. To be honest, der größere Angle. Ich weiß nicht, wer ihn da hat. In the moment with the motion, I guess. Ja, sowas ist halt immer ärgerlich. Vor allem, wenn du solche Sachen hast, wo du halt richtig so, was halt, das ist ja auch übel anstrengend. So, der kann das ja nicht 93.000 Mal machen. Irgendwann legst du dich einfach auf die Klappe, wie mit der Treppe vorhin oder so. Aber, der ist jetzt arbeitslos. Ja, kann ja sein, dass er irgendwas anderes gut kann, aber I don't know. Schöner Dialekt, dachte ich mir auch gerade. So cool, was wir Dialekt sprechen. Ich get quite pissed sometimes, if I hear that. I mean, after a couple of minutes, everything is fine. But it's funny somehow, if I think of it now. I didn't want to finish shooting without having a proper stairs and jump in it. So, we were there, it was a Friday, everything was ready. Kai was there with the motocross on the sidewalk. And then suddenly, the police turned up. Ah, das kann natürlich passieren in Deutschland, ne? Das ist natürlich dann ne Möglichkeit. So, we had quite a long discussion with them, even if they were quite nice. Okay, also, wenn das mit der Genehmigung passt, dürften wir das dann machen? We had to stop filming there and then we tried to get a permission for it, to get a permission to have the motorbike on it and surprisingly, like we were able to get that permission two days afterwards. Das ist halt so deutsch, ne? Dann hast du eine Drehgenehmigung, um mit dem Fahrrad da runter zu fahren, aber keine Drehgenehmigung. Weißt du, da denkst du dir wirklich... Und da arbeiten so viele Menschen für, dass solche Zettel ausgefüllt werden. Da kriegst du manchmal wirklich ein bisschen einen Koller bei. Also, da kann ich verstehen, wieso man da nicht jede Genehmigung holen will, weil wahrscheinlich für den Dreh, den die gemacht haben, wenn die da alles zu 1000% immer exakt genehmigt hätten, die haben wahrscheinlich schon das meiste genehmigt. Aber wenn du da alles machen würdest, wirst du die Krise kriegen, glaube ich. Naja. Krass. Riesenjump einfach, holy shit. Oh no, sag nicht, er hat sich irgendwie... Ah, shit. Richtig, Alter, der war echt riesig. Stark. Dieses Bild. Guckt es euch an. Wie episch kann ein Schrott sein. Wie episch kann ein Schrott sein. Tyler, tschüssi. Krank. So, mit all of that being said, um, looking back at the time, at the last year, uh, it was definitely quite intense, quite interesting. It definitely changed my daily life, to be honest. But, uh, also, I would say in a very positive way. The last year has been turbulent, it's, it's been a lot for all of us, um, but I think we all grew with it and we grew together and, yeah, we're ready for new challenges and stepping up our games. So, yeah, now I'm definitely looking forward to our next field trip, because honestly, that's what our road trips and our general adventures feel like. So, excited for what's coming up and... Oh my god, ich freue mich schon wieder auf Playground-Videos. Das wird so cool. I can't wait to see Mr. Faber-Webmer hitting big jumps again. I can't wait to fully focus on riding now again, um, getting back to 100%, getting back into proper shape and, uh, do some more video projects, cause, uh, to be honest, that's, um, yeah, that's what I live for. Uh, uh, we feel no, I will Victor. Uh, 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 Oh nein! Oh nein! Big back on the bike was probably the best thing ever of the main tree. Tons of fun on the truss bike, mountain bike. Did loads of e-bike riding. But yeah, as you can see, did a little mistake and things didn't go as planned. Oh, I'm going to crash! I'm going to crash! Oh, pain! Oh, ultra-beschiss. Oh? And a good side. And a bad side. And a good foot. Oh, I can see something so bad. And a bad foot. Where is the inner knoeple? No, 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 no. I'm actually getting out of the right position. I'm not going to be so bad for any problems. Ich bin zurück, zurück zu einer anderen Injury, das wirklich klingt, aber manchmal geht es einfach anders. Wir nehmen das und versuchen, schnell zurückzukommen. Glücklich sind die Injury nicht so schlecht, das ist großartig. Bis zum nächsten Mal müssen wir noch neue Videos warten. Vielen Dank für die Unterstützung, ich mag es wirklich. Ich glaube, wir sehen uns bald. Ja, er gibt Sinn. Oh, das ist halt so, ich glaube, wenn du sowas halt machst als dein Job, ist das halt so das Beschissenste, was dir dann passieren kann in so einer Situation. Boah, das ist unfassbar nervig, aber Fabi hat sich gefühlt jeden Knochen im Körper zweimal gebrochen. Ja, true, das kann gut sein. Ja, wild, wild. Aber es ist halt auch, also der macht halt, der hat nicht ohne Grund so, finde ich, mit die krassesten, krassesten Videos, was das halt angeht. Ne, also es ist halt schon, es ist halt schon insane. Also, was der, der Mann für Videos schon produziert hat. Crazy, 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 crazy. D reflected. Untertitelung des ZDF, 2020